Würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem nächsten Thema und das sind die, ja, vielfalls beachteten, ja, eigentlich so ein kleiner Aufstand, so rechtsradikaler Aufstand in Großbritannien und da hören wir jetzt erstmal in hier das Video rein. Da geht es halt vor allen Dingen jetzt um die Proteste, die jetzt die letzten Tage aufgekommen sind gegen diese rechtsradikalen Aufstände. In Großbritannien hat sich eine große Gegenbewegung formiert. Tausende Menschen sind am Mittwoch auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Faschismus zu demonstrieren. So wie hier in der Hauptstadt London. We're not gonna let, um, fascist, we're not gonna let, um, racists and the far-right march, march here. Um, yeah, that's basically why I'm here. When my parents' generation went through great sacrifices to fight against fascism from Germany. And it started off with small groups on the streets, attacking immigrants or in those days Jews. Now the same types of people are on the streets in this country. It's absolutely disgraceful. Zuvor hatten sich rechtsradikale Gruppen tagelang gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert und Asylbewerberheime angegriffen. Hintergrund war ein Messerangriff in der Küstenstadt Southport, bei dem am 29. Juli drei Kinder getötet und zehn weitere Menschen verletzt wurden. Im Internet kursierten schnell Falschinformationen, denen zufolge es sich bei dem Angreifer um einen muslimischen Asylbewerber gehandelt habe. Die Polizei erklärte jedoch, dass der mutmaßliche Täter ein 17-Jähriger sei, der in Wales geboren wurde. Britischen Medien zufolge stammen die Eltern des Mannes aus Ruanda. Auch in Liverpool gingen nun Menschen auf die Straße. Die Großstadt liegt rund 30 Kilometer von Southport entfernt. Landesweit hatte die britische Regierung rund 6000 Polizisten von Spezialeinheiten in Bereitschaft gestellt, um auf die etwa 100 angekündigten Demonstrationen von rechtsradikalen Gruppen und Gegendemonstranten vorbereitet zu sein. Die vielen Menschen, die sich gegen Rassismus stellten, hatten eine klare Botschaft in Richtung der Rechtsextremen. Ich meine, man muss einen Stand nehmen, sonst werden sie es wegnehmen. Man muss sich zeigen, dass es falsch ist. Das ist es am Ende des Tages. Es ist falsch. Also man muss es sagen. Wir wollen keine exklusiven Gesellschaft, wo bestimmte Menschen immer marginalisieren werden. Wo bestimmte Menschen immer eine Gefahr fühlen, wenn sie in die Stadt oder in eine andere Region gehen, wo ihre Menschen nicht existieren. Entsprechende Sorgen machen sich in der muslimischen Gemeinschaft in Liverpool längst breit. Diese Moschee hat ihre Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren mit verbarrikadierten Eingängen und patrouillierenden Polizisten. Aber die muslimische Gemeinschaft erfährt gerade in diesen Tagen auch viel Unterstützung. Wir haben unsere Nachbarn sagen, ich werde deine Shopping machen. Wir haben eine wundervolle Frau, die gesagt hat, ich komme, was du brauchst, was du brauchst, was jemand anderes, der fühlt sich isoliert, braucht. Wir werden dich unterstützen, weil wir wissen. Und wir wissen, dass es schwierig ist, dass du gehen und protestieren und demonstrieren. Und es ist nicht sicher für dich, aber wir werden das für dich machen. Wir sind die Menschen, die wir wollen, die wir sind. Wir wollen die Menschen, die wir wollen, 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 die wir wollen. Also das ist natürlich immer wirklich dann auch sehr schön zu sehen, wenn es dann im Zuge von so interethnischen Spannungen dann übergreifende Solidarität gibt. Ja. Man muss das Ganze natürlich auch wirklich in diesem größeren Kontext von wirklich, wie du es gesagt hast, einem rechtsradikalen Aufstand eigentlich verstehen. Und ich würde das auch gar nicht mal so kleinreden, von wegen es ist ein kleiner Aufstand. Und es hat jetzt vielleicht nicht die gleiche Dauerhaftigkeit, wie andere große Widerstandsbewegungen, militante Widerstandsbewegungen in Großbritannien das hatten. Aber es ist schon so, dass diese Aufstände sich jetzt wirklich über einige Tage und auch über ganz Großbritannien gezogen haben. Ja, das war echt heftig. Also das hatten wir wirklich in England, ich weiß gar nicht, ob es in Wales selber war, aber auch in Nordirland, in Belfast gab es das, wo sich auch loyalistische Paramilitärs mit dran beteiligt haben. Also sagt man, mit dran beteiligt haben, das ist ja immer nicht alles hundertprozentig durchsichtig. Und wie die es gesagt haben, das geht eben vor allem darauf zurück, dass es eben diesen, ja, wirklich furchtbaren Messerangriff gab, durch eben diesen Jungen aus Wales, aus Cardiff, mit ruandanischen Eltern. Und daraufhin hat ja die English Defence League unter anderem mit ihren Öffentlichkeitskanälen auch noch andere rechtsradikale Gruppen, wie beispielsweise Patriotic Alternative und auch Tommy Robinson, der führende Kopf von der English Defence League, und so einer der wichtigsten Rechtsradikalen in Großbritannien, eben diese Nachricht verbreitet, dass die Tat durch einen illegalen Einwanderer, der erst vor kurzem in Land war, mit islamischem Background begangen wurde. Ja, und das ist halt diese Absurdität dessen, dass es dann halt einfach so eine Lüge war. Und dann halt, also der Hintergrund, ich glaube, ist sogar christlich halt von dem. Ja, das ist ein christlicher, jugendlicher, also mit christlichem Hintergrund. Genau. Ja, das zeigt das halt auch einfach, wie diese Instrumentalisierung von sowas, um dann halt wirklich diese rassistischen, teilweise ja bis ins pogromartige hineingehenden Ausschreitungen loszulösen. Das ist halt diese Abartigkeit davon nochmal, ne? Ja, also man muss das auch so sehen in dem Kontext von der radikalen Rechten im Vereinigten Königreich. Die ist halt einfach primär islamfeindlich geprägt. Also es gab auch andere größere Wellen. Wir hatten ja diese Phase von fremdfeindlicher Gewalt gegenüber Polen, gerade im Zuge von dem Brexit, dem ganzen Kampf rund um Brexit. Da ging es auch sehr, sehr viel um Osteuropäer. Aber was sich so wirklich durchzieht, ist, dass es weggegangen ist von einer Fokussierung beispielsweise auf schwarze Einwanderer aus der Karibik oder auch dann noch auf Hindus oder Sikhs, was es früher dann auch nochmal gab, hin zu wirklich einer starken Fokussierung auf Muslimer als dem Hauptfeind. Nicht, dass diese Leute jetzt nicht häufig gleichzeitig mehrfache rassistische Einstellungen teilen oder dass die Leute jetzt jedes Mal, wenn sie da einen fremdfeindlichen Übergriff auf der Straße irgendwie machen, versuchen jetzt einen Hindu von einem Muslim zu unterscheiden und dann einfach sehen, der sieht irgendwie südasiatisch aus, South Asian und dann wird er eben angegriffen. Aber dennoch ist diese Fokussierung sehr stark darauf. Und deswegen gibt es halt auch bei den Protesten diesen starken Fokus darauf, neben eben dem Angriff auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Moscheen. Und da ist es dann auch, wo man jetzt wirklich so diese pogromartigen Szenen dann hatte von den Angriffen auf Moscheen oder islamische Zentren. Ja, Michi, also klar, grundsätzlich sind diese Dynamiken schon ähnlich immer, weil das ja ähnliche Ausgangspunkte sind, worum es geht. Aber es ist halt überhaupt nicht das Gleiche. Wir haben halt nicht annähernd so eine starke Dynamik. Also sowas in dem Ausmaß, wie das jetzt in Großbritannien passiert ist, sowas haben wir seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gehabt. Das ist halt, also vor allen Dingen in der Fläche, das ist ja auch der Punkt. Also, dass es mal halt an einzelnen Stellen auch immer wieder zu so größeren Demonstrationen und auch mal Ausschreitungen und so gekommen ist, was hat es ja immer wieder im Laufe der Jahre gegeben gegen auch Geflüchtetenunterkünfte und so. Aber in der Breite hat es das in Deutschland einfach tatsächlich nicht gegeben, so seit den 90ern wahrscheinlich. Ja, also da würde ich auch sagen, da gibt es eben einige sehr signifikante Unterschiede. Das eine ist eben so die Militanz und die Gewaltbereitschaft, so dieses Rechtsradikal-Milieus, weil wir haben hier natürlich auch eine Geschichte von Neonazi-Terror und Terrornetzwerke, die sich bis heute ziehen. Das hat man in Großbritannien auch so. Es wird jetzt beispielsweise auch darüber geredet, ob die Neonazi-Terrorgruppe Atombuffendivision und die damit verbundenen anderen kleinen Grüppchen, Zirkel, die haben ja auch Verbindungen in Neonazi-Satanistische Netzwerke, ob die auch mit daran beteiligt waren. Aber der größte Teil sind wirklich diese diversen, unterschiedlichen, stark zersplitterten rechtsradikalen Gruppen. Weil Deutschland ist beispielsweise auch viel mehr auf größere Organisationen fokussiert, auch mit dem Ende dieser ganzen klassischen Kameradschaftsstrukturen, als wie es jetzt in UK ist. Da hast du eine große Zersplitterung der radikalen Rechten und du hast halt da auch eine viel stärkere Verbindung auf der Straße mit eben Fußball-Hooligan-Gruppen, also den ganzen Football-Firms, die es noch gibt. Da gibt es natürlich auch unpolitische, welche die einfach klassisch so Working-Class-Culture vertreten oder die auch links sind. Es gibt auch sehr, sehr viele, die sich dann auch so gerade in den Zehnerjahren an diesen modernen rechtsradikalen Gruppen angeschlossen haben, auch wenn es diese Verbindung natürlich früher gab. Das wäre vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie mit dem, was wir wirklich ein, kann man fast sagen, einmalig zum Beispiel dann mit Hogeser-Hooligans gegen Salafisten in Deutschland gesehen haben, wo es einmal wirklich diese großen Ausschreitungen in Köln gab. So muss man sich das da vorstellen, nur dass das bei Protesten eben von dem Militanzniveau viel üblicher ist. Ja, und auf einem völlig, also auch die Ausschreitungen dort waren auch auf einem völlig anderen Level als das, was wir in Deutschland jetzt da gesehen haben. Also auch bei Hogeser war das halt nicht vergleichbar. Nein, nein, nicht vergleichbar. Und ich denke, was halt vielleicht, also um das teilweise erklären zu können, warum das jetzt in Großbritannien passiert, warum wir vielleicht, wie das Ed Cameron schreibt, vielleicht vier, fünf Jahre hinter diesem Zustand hinterher sind, ist auch, dass es einfach so stark, da haben wir auch schon mehrmals jetzt im Podcast drüber geredet, in den letzten Jahren einfach eine so krasse Verelendung von den Massen halt gibt in Großbritannien. Und ich glaube dann, das spitzt halt einfach materialistisch gesehen diese Zustände, in denen sich dann die Menschen befinden und in was für einer Anspannung die Gesellschaft halt auch steht, nochmal erheblich zu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt einer der Wesensgründe ist. Also es wird noch weitere geben, aber das ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Ja, also das ist super wichtig dafür. Das ist auch tatsächlich, weil man darf das nicht so verstehen, dass es nur eben diese reine Ausschreitung gab. Es gab tatsächlich von rechts auch viele reguläre, nicht militante Proteste rund darum, was jetzt nicht so stark berichtet wird. Und wenn da die Leute darüber reden, da gibt es auch ganz viele, die eben sagen, das Problem, was ich habe hier, wir werden als Bürger zweiter Klasse behandelt. Die Geflüchteten kommen, die haben sicheren Anspruch auf Unterbringung. Ich habe so viele in meiner Familie, die einfach keine Wohnung mehr bekommen, weil der Wohnungsmarkt in Großbritannien wirklich trotz einem niedrigeren Lohnniveau, trotz einem niedrigeren Lebensstandard viel, viel krasser ist, dass es viel schwieriger ist. Aber ich glaube, was man halt nicht dabei vergessen darf, und das ist beispielsweise auch was, was jetzt von linken Medien gar nicht so stark angesprochen wird, Es gibt auch rund um eben Kriminalität mit Migration einfach einen viel stärkeren Diskurs in Großbritannien, weil es eben so große Fälle gab, wie beispielsweise in Birmingham oder in Wafflehem diese Kindesmissbrauchs- und Zwangsprostitutionsringe von eben südasiatischen Migranten, primär eben pakistanisch oder bangladeschisch. Nee, oder aus Bangladesch, von der Herkunft her, wo es halt, ich glaube, an die tausend, also über tausend Fälle gab von Mädchen, die eben aus... Das ist heftig. ...ja, so weißen Working-Class-Hintergrund kamen. Und das ist halt auch was, was sehr, sehr stark so im Bewusstsein der Leute drin ist. Und dazu kommt natürlich jetzt auch noch dieser, was es auch in Großbritannien gibt, dieser starke Anstieg von Messergewalt. Das ist auch was, was im deutschen Gefühl diskutiert wird, was du auch in beiden Fällen statistisch halt sehen kannst. Und das muss man natürlich auch in dem Kontext sehen. Das ist, ich glaube, aus einer linken Perspektive macht man es sich sehr schnell sehr einfach, wenn man sagt, dass alle Probleme der Leute und interethnische Spannung einfach nur darauf zurückzuführen sind. Ja, wenn alle irgendwie ein Haus hätten und einen guten, sicheren Job, dann wäre es gelöst. Das ist ein sehr wichtiger Faktor dabei. Aber ich glaube, dass wirklich diese tatsächlichen Sicherheitsfragen und auch diese Fragen von interethnischen Beziehungen da mitgedacht werden müssen, weil gerade in Großbritannien diese interethnischen Sachen und diese Idee von Organisation in der eigenen Community und starke Begrenzung auf die eigene Community einfach nur eine viel größere Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall, Michi. Es ist halt nur immer wichtig, weil Deutsche und Linke sehr schnell dazu neigen, immer so zu tun, als wäre Deutschland so der größte Hort von Rassismus und Faschismus. Und hier ist immer alles noch mal 10% schlimmer als sonst im Rest der Welt. Und hier kann man halt ganz gut sehen, dass die Qualität dieser rassistischen Ausschreitung in Deutschland einfach lange Zeit jetzt für jetzt Jahrzehnte unerreicht ist und dass man das dann schon auch so benennen muss, um diese Qualität zu unterscheiden. Was ich noch interessant fand jetzt auch, was es in den letzten Tagen jetzt gab, ist, dass es halt auch so eine migrantische Selbstverteidigung gab. Das haben wir jetzt in dem Video nicht gesehen, aber das sind halt auch aus den Vierteln halt sehr große Verbände von migrantischen Leuten halt, die sich die Straße genommen haben und dann halt, nachdem es halt diese Aufrufe wieder von Rechten gab, dann halt dagegen mobilisiert haben, um sich dann dementsprechend halt verteidigen zu können. Das fand ich auch eine sehr interessante Entwicklung, die ich in der Qualität auch selten irgendwo gesehen habe, muss ich sagen. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal wieder das, was so ein bisschen für diesen Community-Aspekt, ich glaube, kommunitäre, da gibt es tatsächlich recht viel auch Theorie dazu, wo sich dann die britische Regierung selber drauf bezogen hat, als so ein Ansatz, um eben in verschiedene Communities reinzuwirken. Und das ist da schon recht stark, dass wenn die Leute dann eben dazu aufrufen, hier Jugendliche aus unserer Community, ihr müsst die Moschee schützen, müsst ihr euch da vorstellen, dann folgen halt auch viele dem Ruf. Und da hatte man tatsächlich einige sehr eindrucksvolle Szenen zu gehabt und das ist natürlich auch einfach eine gute Sache, wenn die Leute sich dann zusätzlich, ist natürlich traurig, dass das gemacht werden muss, aber es ist natürlich schön, wenn die sich da selber schützen. Es gibt ja auch einfach jetzt eine anhaltende Mobilisierung, auch aus der Palästina-Solidarität, das sieht man ja auch, dass sich sehr viele Leute darauf beziehen. Tatsächlich bei dem größten Fall, ich weiß gar nicht mehr, ich meine, das wäre auch in Birmingham gewesen, wo es diesen größten Fall von Selbstverteidigung gab, aber mag man mich jetzt korrigieren, da gab es dann tatsächlich auch Übergriffe einfach auf so einen weißen englischen Pub. Ja, das habe ich auch gesehen. Genau, weil eben gedacht wurde, das sei jemand, der sich an den Ausschreitungen beteiligt hat, der wurde dann verprügelt, das wurde dann als Video veröffentlicht, war natürlich dann auch großes Futter für die Rechten, da hat sich dann herausgestellt, dass es wohl nicht so gewesen war und tatsächlich war es dann auch so, dass dann die lokalen Imame und Geistlichen sich dann zu dem Pub gegangen sind und sich dann für die Community entschuldigt haben. Sowas ist natürlich dann auch irgendwo gesehen so ein Vorteil von diesem kommunitären Ansatz, dass man dann auch einfach dieses Verantwortungsbewusstsein dann einfach für die lokale Community hat und dass es dann irgendwie das Gefühl von Ansprechpartnern dazu gibt. Aber ich finde das auch nochmal wichtig, bei diesen ganzen Sachen dann festzustellen, wenn es um diese Sicherheitsfragen geht. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich auch als radikale Linke diesen Fragen einfach widmen muss, weil das ist einfach eine Sache. Wir werden diese Zunahme von interethnischen Spannungen, auch diese Zunahme von rechtsradikalen und rechten Ausschreitungen und auch einfach einer Stärkung der radikalen Rechten und konservativen Kreisen sehen, weil es einfach mit zunehmender Migration, das ist einfach, das kannst du aneinander linken, das wird einfach auch zu einer Zunahme von Sicherheitsproblemen und Kriminalität führen. Nur die Sache ist halt, wenn man sich das anschaut, die radikale Rechte hat ja keine guten Antworten darauf. Nee. Also sie hat so gesehen Antworten darauf, wenn sie sie implementieren würden, könnten sie vielleicht sogar diese Probleme mit halt gigantischen Kosten für eine Gesellschaft lösen. Aber die Sache ist die, wenn man sich das anschaut, was diese Leute da machen, ist ja wirklich einfach weiterhin Keil zwischen die Leute und zwischen die Communities zu treiben, die ja einfach ein geteiltes Interesse an eben der Verhinderung von diversen Straftaten haben. Und in dem Fall ist es ja auch einfach so, dass das daran aufgeladen wird, an einem Fall, der eigentlich mit diesen Communities auch und ihren Problemen gar nichts zu tun hat und wie es bislang scheint, nicht einen politischen Hintergrund oder irgendwas hatte, sondern sehr vermutlich auf psychische Probleme bei dem Täter zurückzuführen ist. Und was auch noch natürlich interessant ist, was man dem dann entgegengelten kann, ist, dass diese Ausschreitungen ja auch völlig willkürlich sich auch gegen Weisheit gerichtet haben. Es gab ja auch diverse Plünderungen zum Beispiel von Geschäften, weil das einfach dann... Die haben eine Bibliothek angezündet, glaube ich noch. Nein, die abgefragt ist ein Viertel von UK. Es wird ja auch nicht dadurch Sicherheit jetzt geschaffen, was diese Leute da machen, sondern im Prinzip hat das jetzt halt zu einer Welle von extremer Kriminalität geführt, die so... Ja, so kann man... So muss man das natürlich auch sehen. Das ist ja auch tatsächlich was, wo sich dann recht viele... Wenn du dann einfach auch diese Interviews... Und das ist, glaube ich, eine der schönsten übergreifenden Kräfte, muss man auch sagen, in UK, was viel, viel stärker ist als, wie wir das hier kennen, wirklich politisierten, community-übergreifenden Gewerkschaftsbewegungen. Und auch, die beispielsweise dann für Mieterrechte einstehen, sowas gibt es ja dann auch. Oder wirklich für diese unterschiedlichen ökonomischen Gründen, da gibt es wirklich ein sehr, sehr starkes Klassenbewusstsein in vielen Teilen vom Vereinigten Königreich. Und da hast du halt wirklich viele Leute, die dann auch so gesagt haben, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, wir kümmern uns auch um Sicherheit, aber ihr seid einfach nur hier und ihr zündet irgendwelche Bibliotheken an, greift irgendwelche Leute an und verhaltet euch wirklich so wie hinterletzten Barbaren. Aber das ist dann vielleicht zum Abschluss das, was uns dann auch Hoffnung machen muss. Ich finde, man sieht es auch bei den Bildern und bei allen diesen Protesten, die man jetzt immer so sieht. Es ist halt nicht wie so oft in Deutschland, wenn Sachen passieren, dass dann halt tatsächlich einfach das Bürgertum auf die Straße gegen rechts geht und überwiegend weiße Menschen auf die Straße gegen rechts, sondern man sieht es halt wirklich bei den Demos. Es ist halt ein ganz bunter Mix von Leuten. Also es repräsentiert halt tatsächlich die breiten Teile der Gesellschaft von der Diversität her. Und das ist halt, was uns Hoffnung machen muss, dass einfach unsere Klasse dann auch in diesem antifaschistischen Kampf über dann auch diese starke gewerkschaftliche Verankerung und die Communityverankerung dort nochmal dann halt mehr zusammenfindet, mehr zusammenrückt und das halt zum Anlass nimmt, um sich da entschlossen gegen zu werden. Ja, das ist halt wirklich das Wichtigste. Und ich glaube, da kann man es zu einem gewissen Grad auch wirklich von UK lernen. Es muss halt einfach gruppenübergreifend sein und es muss aber auch ein Kampf sein, der sich nicht einfach nur, und das ist ja auch was, was wir heute so stark im liberalen Antifaschismus sehen, einfach nur gegen rechts wendet, sondern eben eigene Antworten auf soziale Fragen, auf Sicherheitsfragen bietet. Aber eine Sache möchte ich vielleicht noch anmerken, die ich gar nicht mal so uninteressant daran fand. Und zwar gab es auch internationale Reaktionen darauf. Natürlich eben das, was viel besprochen wurde, dass Reisewarnungen von südasiatischen und südostasiatischen Ländern für Großbritannien gemacht wurden wegen der starken rassistischen Stimmung. Aber was ich recht interessant fand, war, dass sich auch Russland und Belarus dazu geäußert haben. Und zwar war es so, dass Belarus hat sich dazu geäußert und hat gesagt, man wünscht den Polizisten sehr viel Erfolg bei der Niederschlagung des Aufstandes. Und weil es ja auch tatsächlich, Ed Cameron hat es so angesprochen, als wäre die Polizei total soft gewesen. Es gibt tatsächlich auch einige Bilder dazu und auch sehr viel Vorwurf, dass es zu starker Polizeigewalt davon kam, gerade gegen teils sehr junge, und das muss man ja auch sagen, es gab einige sehr, sehr junge Protestler dort, dass Belarus eben sagt, dass sie das absolut richtig findet, wie die Polizei sich verhalten hat. So nach dem Motto, schlag bitte auf diese Schweine noch mal stärker drauf. Und Russland hingegen hat sich eben dazu geäußert und hat gesagt, dass sie verurteilen, wie stark die UK gegen ihre eigenen Bürger in einem Volksaufstand mit Polizeigewalt vorgeht und dass man da mal wieder sieht, wie der Westen hier versucht, ihren Widerstand im eigenen Land niederzuschlagen und sodass man den Protest dann alles Gute wünscht. Vielleicht könnte man sagen, dass Belarus, obwohl es ja eigentlich immer der, wie sagt man, Satellitenstaat Russlands sein soll, da ein bisschen ausschert, weil man eigene Erfahrungen mit einem Volksaufstand gemacht hat. Das ist vielleicht einfach noch eine nette Anekdote zum Schluss. Ja, so richtig wieder, wir leben in einer Simulations-Style. Ja. Gut. Soviel dazu.